Wenn man mit Neugier auf Veränderungen blickt, dann kann es mega cool sein, dann ist es eine krasse Chance und einfach die Möglichkeit immer wieder was Neues zu entdecken, Dinge anders und besser zu machen. Besonders für Unternehmen ist es super wichtig sich zu verändern, weil die Welt verändert sich immer mehr. Junge Leute, Mitarbeiter fordern was ganz anderes auf der einen Seite, Konsumenten auch auf der anderen Seite oder aber auch die Regierung hat andere Richtlinien, Vorgaben und deswegen ist es super wichtig, dass Unternehmen nicht stehen bleiben, sondern Veränderungen positiv sehen und eigentlich eher als Herausforderung und Chance statt als Risiko und dann lieber frühzeitig Veränderungen in die Augen schauen. Wenn man keine Veränderungen hat, kann man sich auch nicht weiterentwickeln, man kann sich irgendwie nicht verbessern, man kann nicht verschiedene andere Sachen ausprobieren und ich glaube sowohl die Gesellschaft als auch wir persönlich entwickeln uns ja immer daran, dass sich etwas verändert, weil sonst würde man immer da stehen bleiben, wo man gerade ist.